Präsident, haben Sie Fragen? Ich habe keine Fragen mehr. Was ist dein Lieblingsgetränk? Was ist dein Lieblingsgetränk? Ich mag es Wasser zu trinken. Ich mag es Wasser zu trinken. Ich liebe Fruchtsäfte. Ich liebe Fruchtsäfte. Ich mag es Wasser zu trinken. Von wem hast du diese Katze bekommen? Von wem hast du diese Katze bekommen? Das Kätzchen der Katze meines Bruders Das Kätzchen der Katze meines Bruders Ich habe es an einem regnerischen Tag auf der Straße gefunden. Ich habe es an einem regnerischen Tag auf der Straße gefunden. Ich habe es an einem regnerischen Tag gefunden. Das Essen ist die schüchterne Einheit. Das Essen ist die schüchterne Einheit. Das Essen ist die schüchterne Einheit. Ja, er ist sehr schüchtern. Nein, er ist sehr schüchtern. Nein, er ist sehr schüchtern. Nein, ich möchte nicht. Nein, ich möchte nicht. Hayır, istemiyorum. Ja, kann ich etwas Tee haben? Ja, kann ich etwas Tee haben? Evet, bir çay alabilir miyim? Ja, kann ich etwas Wasser haben? Ja, kann ich etwas Wasser haben? Evet, bir çay alabilir miyim? Was haben Sie heute vor? Was haben Sie heute vor? Bugün ne yapmeyi pilanlıyorsun. Ich werde heute ein Picknick machen. Ich werde heute ein Picknick machen. Bugün Picknick yapacağım. Ich werde zur Schule gehen. Ich werde zur Schule gehen. Okula gidilcem. Was ist dein Lieblingsobst? Was ist dein Lieblingsobst? Ey sevdin meyve hangisidir? Ich liebe Apfel sehr. Ich liebe Apfel sehr. Elma'yı çok severim. Ich liebe Erdbeeren sehr. Ich liebe Erdbeeren sehr. Chili'yı çok severim. Was gibt es zum Abendessen? Was gibt es zum Abendessen? Akşam yemehinde neyeigiyiz? Pommes frites und fleisbällchen. Pommes frites und fleisbällchen. Pommes frites und fleisbällchen. Pommes frites он muze ve köfte. Eine tolle Pasta. Eine tolle Pasta. Harika Birma Karna Warum lachst du? Warum lachst du? Neda Ingül Olsson Was du gesagt hast, war sehr lustig. Was du gesagt hast, war sehr lustig. Söylediğin çok komikti. Ich lache über dieses Kind. Ich lache über dieses Kind. Şukuju'a gülüyorum. Was denken Sie über dieses Thema? Was denken Sie über dieses Thema? Bu konuda ne düşünüyorsun? Ich denke in etwa fünf Jahren. Ich denke in etwa fünf Jahren. Beş yıl sonrayı düşünüyorum. Ich denke an dich. Ich denke an dich. Seni düşünüyorum. Ich habe nichts im Kopf. Ich habe nichts im Kopf. Aklımda bir şey yok. Nicht wichtig. Nicht wichtig. Çok önemli değil. Wer kam nach deinem Vater nach Hause? Wer kam nach deinem Vater nach Hause? E ve baban dan sonra kim geldi? Danach kam Abi. Danach kam Abi. Ondan sonra abi geldi. Mein Bruder kam gleich danach. Mein Bruder kam gleich danach. Hemen sonre kardischem geldi. Müssen wir diese Schulung absolvieren? Müssen wir diese Schulung absolvieren? Bu etim almak sorunda mi es. Mein Vorgesetzter sagte, es sei eine Pflichtschulung. Mein Vorgesetzter sagte, es sei eine Pflichtschulung. Müdürüm sorun nu bi etim oldunu söhledi. Es scheint nicht notwendig zu sein. Aber es ist besser, wenn sie mitmachen. Es scheint nicht notwendig zu sein. Aber es ist besser, wenn sie mitmachen. Zorunlu görünmüyor. Ama katılırsan iyi olacaktır. Kann man ein Auto reparieren? Kann man ein Auto reparieren? Araba tamir edebilir misin? Ich kann Fahrräder reparieren. Ich kann Fahrräder reparieren. Ben Bicyclep tamir edebilirim. Ich habe noch nie ein Auto repariert. Ich habe noch nie ein Auto repariert. Daha önce araba tamir ett medim. Hast du einen Cousin? Hast du einen Cousin? Cousinin warme. Ja, ich habe zwei Cousins. Ja, ich habe zwei Cousins. Evet, iki Cousin im Mar. Nein, ich habe keine Cousins. Nein, ich habe keine Cousins. Hayır, hiç Cousin im Jok. Wie alt bist du? Wie alt bist du? Katsch ihr schündersen? Ich bin 30 Jahre alt. Ich bin 30 Jahre alt. Otuz ihr schünderjem? Ich bin 25 Jahre alt. Ich bin 25 Jahre alt. Yirmi besche schon daim. Haben Sie den Unfall auf der Straße gesehen? Haben Sie den Unfall auf der Straße gesehen? Bei dem Unfall kollidierten drei Autos. Bei dem Unfall kollidierten drei Autos. Kazade üc araba çarpıştı. Nein, das habe ich nicht gesehen. Nein, das habe ich nicht gesehen. Hayır, girl, madam. Wirst du morgen frei sein? Wirst du morgen frei sein? Jeren müsait missen. Ja, ich arbeite morgen nicht. Ja, ich arbeite morgen nicht. Evet, yarın çalışmıyorum. Nein, ich muss zur Schule. Nein, ich muss zur Schule. Hayır, okula gitmem lazım. Ich werde mit den Kindern in den Park gehen. Ich werde mit den Kindern in den Park gehen. Çocuklarla parka gideceğim. Wie lautet der alte Name dieser Schule? Wie lautet der alte Name dieser Schule? Bu okulun eski adın nedir. Sein Name hat sich nie geändert. Sein Name hat sich nie geändert. Sein Name hat sich nie geändert. Sein Name ist immer noch Atatürk Grundschule. Sein Name ist immer noch Atatürk Grundschule. Sein Name hat Atatürk İlk Öğretim Okulu. Was für ein Mann war Michael? Was für ein Mann war Michael? Michael nasıl bir adamdı? Er war ein sehr guter Mann. Er war ein sehr guter Mann. O çok iyi bir adamdı. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ben tanımıyorum. Kennen Sie die Adresse der Post? Kennen Sie die Adresse der Post? Postanenin adresini biliyor musun? Ja, ich weiß es nicht. Biliyorum. Nein, ich kenne diesen Ort nicht. Nein, ich kenne diesen Ort nicht. Hayır, burayı bilmiyorum. Wann ist das Abendessen fertig? Wann ist das Abendessen fertig? Nach drei Stunden. Üç Saat sonra. Wir werden heute draußen zu Abend essen. Wir werden heute draußen zu Abend essen. Das ist ein unglaubliches Auto. Zu wem von euch gehört? Das ist ein unglaubliches Auto. Zu wem von euch gehört? Mein Auto. Mein Auto. Wen im eurer Baum? Nicht unseres. Nicht unseres. Bis ihm die... Haben Sie schon einmal ein Auto gekauft? Haben Sie schon einmal ein Auto gekauft? Daher wünsche Arabe allmüschmieden. Obwohl ich Geld habe, kaufe ich kein Auto. Obwohl ich Geld habe, kaufe ich kein Auto. Param olmasına rağmen Arabe almam. Ich möchte kein Auto kaufen. Ich möchte kein Auto kaufen. Arabe almak istemiyorum. Was war das Thema des Treffens, das Sie im Büro abgehalten haben? Was war das Thema des Treffens, das Sie im Büro abgehalten haben? Ofiste düzenledigen Toplantinnen konusu ne idi? Es ging um die heute einigen Gene Kundenbeschwerde. Es ging um die heute einigen Gene Kundenbeschwerde. Bugün gelen Müşteri Schikayeti ile ilgili idi. Es war nur ein Einführungstreffen. Es war nur ein Einführungstreffen. Saidece bir tanışmato planteside. Was ist das? Was ist das? Bu nedir. Das ist ein Tasche. Das ist ein Tasche. Bu bir çantadır. Das ist ein Tisch. Das ist ein Tisch. Bu bir masa. Das ist ein altes Auto. Das ist ein altes Auto. Bu iski bi arabadisch. Wie viele Tage hat Michael frei? Wie viele Tage hat Michael frei? Michael koç gün izinle. Michael ist nicht im Urlaub. Michael ist nicht im Urlaub. Er wird noch fünf Tage Urlaub nehmen. Er wird noch fünf Tage Urlaub nehmen. Beş gün daha izin kullanacak. Wie viel Geld verdienst du im Monat? Wie viel Geld verdienst du im Monat? Ich verdiene monatlich 1.000 Lira. Ich verdiene monatlich 1.000 Lira. Aylık 1.000 Lira kazanıyorum. Ich verdiene 1.000 Dollar pro Monat. Ich verdiene 1.000 Dollar pro Monat. Aylık 1.000 Dollar kazanıyorum. Wie ist Tommy? Wie ist Tommy? Tommy nasıl biridir? Tommy ist ein sehr kämpferischer Mensch. 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 Was stand in der Datei in der E-Mail? Was stand in der Datei in der E-Mail? Mi il deki dosyada ne lerwolde. Ich habe die Verkaufszahlen hinzugefügt. Ich habe die Verkaufszahlen hinzugefügt. Sotisch rakamlerin ekle mischtem. Die Haushaltszahlen für das nächste Jahr. Die Haushaltszahlen für das nächste Jahr. Gelecekse nennen bütçere kamlere. Wer aus der Klasse war bei der Party dabei? Wer aus der Klasse war bei der Party dabei? Sınıfta kimler party'e katıldı? Die ganze Klasse schloss sich der Party an. Die ganze Klasse schloss sich der Party an. Tüm sınıf party'i te katıldı. Lediglich eine Person hat nicht teilgenommen. Lediglich eine Person hat nicht teilgenommen. Sadece bir kişi katılmadı. Wann fängst du mit der Schule an? Wann fängst du mit der Schule an? Okula nesaman bachleje jaksen. Drei Wochen später Drei Wochen später Üç hafta sonra Es begann vor drei Tagen Es begann vor drei Tagen Üç gün ön ceba schlöde Wie viel kostet es? Wie viel kostet es? Bunun vierte Nekadash Dreiißig Dollar Dreiißig Dollar Otuz Dollar Alles für zwanzig Lira Alles für zwanzig Lira Hepsi yirmi Lira Wird es ihnen nach dieser Behandlung Besser gehen? Wird es ihnen nach dieser Behandlung Besser gehen? Bu tedavi den sonra Daha iyi olacak müssen Ja Mit den Medikamenten Die ich nehme Komme ich zurecht Ja Mit den Medikamenten Die ich nehme Komme ich zurecht Evet Kullandum Ilaitschleile Iola Jelm Mein Arzt sagte Die Behandlung würde funktionieren Mein Arzt sagte Die Behandlung würde funktionieren Doktorum Tedavinin işe yarayacağını söyledi Wie möchten sie zahlen? Wie möchten sie zahlen? Sie müssen im Voraus bezahlen Sie müssen im Voraus bezahlen Pechen ödemeniz Gerekiyor Sie können mit kreditkarte Bezahlen Sie können mit kreditkarte Bezahlen Kreditkarte Kullanarak Ödeyebilirsiniz Wie werden sie diese Situation lösen? Wie werden sie diese Situation lösen? Ich versuche zu lernen Wie ich diese Situation beheben kann Ich versuche zu lernen Wie ich diese Situation beheben kann Bu durumu nasıl düzelteceğimi öğrenmeye çalışıyorum Das ist ein unglaubliches Auto Zu wem von euch gehört? Das ist ein unglaubliches Auto Zu wem von euch gehört? Bu inanim mazbi araba Hanginize ait Ich glaube Der Besitzer ist ausgegangen Ich glaube Der Besitzer ist ausgegangen Warum fragst du? Warum fragst du? Nedar Soru Yolsun Wo lernt ihr Kind? Wo lernt ihr Kind? Sehnen chojun nere de okyor? Er studiert an der Schule, die sie vor sich sehen Er studiert an der Schule, die sie vor sich sehen Ileri de gördüğün okulde okulde okuyor Er studiert an dieser Schule Er studiert an dieser Schule Şu okulde okulde okuyor Wie viele Personen sind in ihrer Klasse? Wie viele Personen sind in ihrer Klasse? Sınıfınızda kaç kişi var? In meiner Klasse sind 23 Leute In meiner Klasse sind 23 Leute Sınıfımda yirmi üç kişi var Früher waren in meiner Klasse 30 Leute Früher waren in meiner Klasse 30 Leute Sınıfımda eski denn otuzki kişi var Wirst du frühstücken? Wirst du frühstücken? Kahvaltı yapacak mısın? Ich habe es vor einer Stunde gemacht Ich habe es vor einer Stunde gemacht Nein, das werde ich nicht Nein, das werde ich nicht Hast du für die Prüfung gelernt? Hast du für die Prüfung gelernt? Sınıfı çalıştın mı? Eigentlich habe ich studiert Aber andererseits gibt es viele Probleme Eigentlich habe ich studiert Aber andererseits gibt es viele Probleme Çalıştım aslında ama diğer taraftan çok konu var Ich habe es versucht Aber die Themen sind sehr problematisch Ich habe es versucht Aber die Themen sind sehr problematisch Çalıştım ama çok problemli konular Wie lange wird das Treffen dauern? Wie lange wird das Treffen dauern? Toplantının süresi ne kadar olacak? Eine Stunde wird ausreichen Eine Stunde wird ausreichen Bir saat yeteile ola jaktış Es dauert höchstens zwei Stunden Es dauert höchstens zwei Stunden En fazla iki saat sürejektir Was ist dein Beruf? Was ist dein Beruf? Misli Nizne Ich bin ein Student Ich bin ein Student Öder Njim Mein Lehrer Mein Lehrer Mein Lehrer Öder Nizne Ich bin ein Computer Ingenieur Ich bin ein Computer Ingenieur Bilgisayar Mühendisim Ich bin leitender Manager In einem internationalen Unternehmen Ich bin leitender Manager In einem internationalen Unternehmen Uluslararası bir firmada Üstüzey yöneticiyim Wo willst du morgen hingehen? Wo willst du morgen hingehen? Jürön Nereje gitmek istersen Ich würde gerne nach Besiktas gehen Ich würde gerne nach Besiktas gehen Besiktosho gitmek isterim Ich würde gerne zum Endspiel gehen Ich würde gerne zum Endspiel gehen Final maçına gitmek isterim Ich möchte zum Pokal Spiel gehen Ich möchte zum Pokal Spiel gehen Kupa maçına gitmek istiyorum Wer kam mit dem Flugzeug? Wer kam mit dem Flugzeug? Kimler geldi uçakla? Ich bin hier Außerdem kamen zwei Kinder aus meiner Klasse Ich bin hier Außerdem kamen zwei Kinder aus meiner Klasse Ben geldim Ayrıca sınıfımdan iki çocuk geldi Nur ich kam Nur ich kam Sadece ben geldim Was würden Sie zum Abendessen empfehlen? Was würden Sie zum Abendessen empfehlen? Akşam yeme için ne önerirsiniz Wir haben eine sehr berühmte Pizza Wir haben eine sehr berühmte Pizza Çok bilinen bir Pizzamız var Ich kann Fisch empfehlen Ich kann Fisch empfehlen Balık önerebilirim Wird Michael ein guter Mann werden? Wird Michael ein guter Mann werden? Michel iyi bir adam olacak mı? Ich glaube nicht Dass Michael ein guter Mann wäre Ich glaube nicht Dass Michael ein guter Mann wäre Michael'ın iyi bir adam olacağını sanmıyorum Michael scheint ein guter Kerl zu sein Michael iyi bir adam olacağı gibi görünüyor Wann beginnt ihre neue Stelle? Wann beginnt ihre neue Stelle? Ich denke, ich fange nächste Woche an. Sonnerem hoffte ihr Barschlejecäum. Sieht so aus, als ob es in zwei Wochen soweit sein wird. Ich hoffe, das Sonnere olacak gibi görünüyor. Was steht auf diesem Papier? Was steht auf diesem Papier? Bukata ne yazıyor. Ich habe meine Englischnotizen gemacht. Ich habe meine Englischnotizen gemacht. Inglisce notlarımı almischtem. Das Notizbuch meines Sohnes Das Notizbuch meines Sohnes Olumun notweftere Ich konnte die Anhänge der E-Mail nicht herunterladen. Können Sie sie noch einmal senden? Ich konnte die Anhänge der E-Mail nicht herunterladen. Können Sie sie noch einmal senden? Mail-E-Mail nicht herunterladen. Ich konnte sie noch einmal senden. Ich konnte sie noch einmal senden. Ich habe meine gelöscht, aber lassen Sie mich noch einmal schauen. Ich habe meine gelöscht, aber lassen Sie mich noch einmal schauen. Was macht Michael gerade? Was macht Michael gerade? Er spielt gerade ein Match. Er geht zum Schwimmunterricht. Er geht zum Schwimmunterricht. Er geht zum Schwimmunterricht. Hast du eine Freundin? Hast du eine Freundin? Ich habe einen Freund. Ich habe einen Freund. Ich habe keine Freundin. Ich habe keine Freundin. Bir kız arkadaşım yok. Wie viel Gehalt verdienen Sie ungefähr? Wie viel Gehalt verdienen Sie ungefähr? Wie viel Dollar? Ich verdiene 1000 Dollar pro Monat. 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 Ich verdiene 100 Dollar pro Monat. Ich verdiene 100 Dollar pro Monat. Was hast du gemacht? Als dein Vater kam? Ich studierte, als mein Vater kam. Ich habe geschlafen, als mein Vater kam. Ich habe geschlafen, als mein Vater kam. Wie geht es deinem Vater? 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 Nicht schlecht, funktioniert weiter. Nicht schlecht, funktioniert weiter. Fäna değil, çalışmaya devam ediyor. Etwas unbequem. Etwas unbequem. Biraz rahatsız. Wie lange bist du schon mit Michael befreundet? Wie lange bist du schon mit Michael befreundet? Wie lange bist du schon mit Michael befreundet? Wir haben uns vor fünf Jahren kennengelernt. Wir haben uns vor fünf Jahren kennengelernt. Beş sene önce tanıştık. Wir haben uns erst gestern kennengelernt. Wir haben uns erst gestern kennengelernt. Daha dünn tanıştık. In welchem Jahrhundert wäre es sehr interessant zu leben? In welchem Jahrhundert wäre es sehr interessant zu leben? Hangi yüzyılda yaşamak çok ilginç olabilirdi? Das Leben im 18. Jahrhundert hätte Spaß machen können. Das Leben im 18. Jahrhundert hätte Spaß machen können. On sekizinci yüzyılda yaşamak ilangeli olabilirdi. Ich möchte im 30. Jahrhundert leben. Otuzuncu yüzyılda yaşamak isterdim. Was macht Michael gerade? Was macht Michael gerade? Michael Schoan da Nehepürsch. Er geht ins Restaurant. 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 Werden Sie dieses Jahr in den Sommerurlaub fahren? Werden Sie dieses Jahr in den Sommerurlaub fahren? Musseine ja starte linee gidecek missen. Dieses Jahr können wir endlich in den Urlaub fahren. Dieses Jahr können wir endlich in den Urlaub fahren. Nihayet busseine taatile gidebileges. Ich starte dieses Jahr ein Projekt. Wir werden nicht in den Urlaub fahren können. Ich starte dieses Jahr ein Projekt. Wir werden nicht in den Urlaub fahren können. Bu sene BR projeye başlıyorum. Tatile çıkamayacağız. Wie läuft Tommy's Urlaub? Wie läuft Tommy's Urlaub? Tommy'nin tatili nasıl gidiyor? Sieht so aus, als ob Tommy sich nicht so wohl fühlt. Sieht so aus, als ob Tommy sich nicht so wohl fühlt. Görünüşe göre Tommy çok rahat değil. Es läuft großartig. Es läuft großartig. Harika gidiyor. Können Sie mir den Hausschlüssel geben? Können Sie mir den Hausschlüssel geben? Buna evin onacht too rangevairir misin? Ja, natürlich. Ich gebe es dir sofort. Ja, natürlich. Ich gebe es dir sofort. EWET, TOBIKE, HEMAN WEDEIM Leider habe ich das Haus verkauft. Leider habe ich das Haus verkauft. Mein Lesef, O EWI MISSATEM In welcher Klasse bist du? In welcher Klasse bist du? HANGISZENUFTESEN Ich bin in der Vorbereitungsklasse. Ich bin in der Vorbereitungsklasse. Ich habe gerade mit der Universität angefangen. Ich habe gerade mit der Universität angefangen. Üniversiteye yeni başladım Von welcher Firma sind sie? Von welcher Firma sind sie? Ich arbeite in einer Wirtschaftsprüfungsgesellschaft. Ich arbeite in einer Wirtschaftsprüfungsgesellschaft. Bir muhasebe firmesinde çalışıyorum. Ich bin Frachtarbeiter in einem E-Commerce-Unternehmen. Ich bin Frachtarbeiter in einem E-Commerce-Unternehmen. Bir e-Ticaretschirketinde kargo çalışanayım. Werden Sie Ihre Schulden heute abbezahlen? Werden Sie Ihre Schulden heute abbezahlen? Ich bin Frachtarbeiter in einem E-Commerce-Unternehmen. Ich bin Frachtarbeiter in einem E-Commerce-Unternehmen. Es fällt mir heute sehr schwer, zu bezahlen. Ich bin Frachtarbeiter in einem E-Commerce-Unternehmen. Ich kann sofort bezahlen. Helmen ödeyebilirim Was für ein Mann ist Michael? Was für ein Mann ist Michael? Michael Nusselby Adam Soweit ich weiß, ist er ein netter Kerl. Soweit ich weiß, ist er ein netter Kerl. Tanıdığım kadarıyla iyi biri. Ich weiß nicht viel. Ich weiß nicht viel. Çok tanımıyorum. Wie heißt du? Wie heißt du? Adınız Nedir Ich heiße Michael Ich heiße Michael Bin im Adım Michael Ich bin Michael Ich bin Michael Ben Michael Um wie viel Uhr beginnt das Treffen? Um wie viel Uhr beginnt das Treffen? Toplante kaçta başlayacaksın Das Treffen wurde verschoben Das Treffen wurde verschoben Toplante altelende Wurde es heute abgesagt? Wurde es heute abgesagt? Bugün iptal oldu Was du schon mal in Amerika? Was du schon mal in Amerika? Amerika? Amerika Amerika'ya daha önce geldin mi? Ich war noch nie hier Ich war noch nie hier Ich bin vor drei Jahren gekommen Ich bin vor drei Jahren gekommen Bundan üç sene önce gelmiştim Wie lautet deine E-Mail-Adresse? Wie lautet deine E-Mail-Adresse? E-Mail-Adresse niz nedir? Meine E-Mail-Adresse lautet Teachinglangat-E-Mail.com Meine E-Mail-Adresse lautet Teachinglangat-E-Mail.com Wir wollen ins Kino gehen Aber welchen Film sollen wir sehen? Wir wollen ins Kino gehen Aber welchen Film sollen wir sehen? Ich kann Matrix 3 empfehlen Ich kann Matrix 3 empfehlen Matrix 3'ü önerebilirim Ich kann den Film Sweet November Ich kann den Film Sweet November empfehlen Sweet November filmini önerebilirim In welcher Klasse bist du? In welcher Klasse bist du? Kaçıncı Sınıfa gidiyorsun? Ich gehe in die fünfte Klasse Ich gehe in die fünfte Klasse Ich gehe in die fünfte Klasse Üniversiteye geçtim Haben Sie Vorschläge? Haben Sie Vorschläge? Öneriniz var mıdır? Wir sollten sofort zur Sache kommen 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 Ich habe keine weiteren Vorschläge Ich habe keine weiteren Vorschläge zu diesem Thema Nein, ich kenne niemanden Nein, ich kenne niemanden Nein, ich kenne niemanden Ja, ich kenne sie alle Ja, ich kenne sie alle Ja, ich kenne sie alle Bu toplantıya hangi konu hakkında olacak? Übergehaltserhöhungen Übergehaltserhöhungen Marşsamları hakkında Nächste Woche geht es um seinen Plan Nächste Woche geht es um seinen Plan Gelecekhafte planı hakkında olacak Hat der Fahrer im Auto geschlafen? Hat der Fahrer im Auto geschlafen? Sürürcü araba da uyuyor muydu Nein, es ist niemand im Auto Nein, es ist niemand im Auto Hayır, araba da kim se yok Ich habe niemanden gesehen Ich habe niemanden gesehen Ben kim se yi gör midem Welchen Film hast du gestern Abend gesehen? Welchen Film hast du gestern Abend gesehen? Dün ge ge hangi filmi izledin Ich habe einen Zeichentrickfilm gesehen Ich habe einen Zeichentrickfilm gesehen Beanimation CSG Film izledim Ich habe Matrix 3 gesehen Ich habe Matrix 3 gesehen Matrix 3 izledim Haben Sie Ihre Sicherheitssoftware aktualisiert? Haben Sie Ihre Sicherheitssoftware aktualisiert? Güvenlik yazılımını güncel edin mi? Ja, ich habe es aktualisiert Ja, ich habe es aktualisiert Evet, güncel edem Nein, ich habe es noch nicht aktualisiert Nein, ich habe es noch nicht aktualisiert Hayır, henüz güncel edem Spreche ich zu laut? Spreche ich zu laut? Çok yüksek ses ile mi konuşuyorum Nein, das glaube ich nicht Nein, das glaube ich nicht Hayır, benze öle değil Ja, du schreist viel Ja, du schreist viel Evet, çok mal yorulsun Was müssen Sie tun, um die Prüfung zu bestehen? Was müssen Sie tun, um die Prüfung zu bestehen? Sınavı geçmek için ne yapman lazım? Ich muss mehr arbeiten Ich muss mehr arbeiten Daha fazla çalışmam lazım Ich glaube schon jetzt daran, dass ich Erfolg haben werde Ich glaube schon jetzt daran, dass ich Erfolg haben werde Zaten başarılı olacağıme inanıyorum Wie sehe ich aus? Wie sehe ich aus? Nasıl görünüyorum? Du siehst nicht so gut aus Du siehst nicht so gut aus Çok iyi görünüyorum Du siehst sehr schön aus Du siehst sehr schön aus Çok güzel görünüyorum Gibt es irgendetwas, bei dem ich helfen kann? Gibt es irgendetwas, bei dem ich helfen kann? Yaldım edebilecim bilşeval muddış Ja Ja Kannst du mich nach Hause bringen? Ja Kannst du mich nach Hause bringen? Evet Beni eve bırakır mısın? Nein Vielen Dank Nein Nein Vielen Dank Hayır Çok teşekkürler Welche Lebensmittel mögen Sie sehr? Welche Lebensmittel mögen Sie sehr? Hangi yemekleri çok seversin? Mein Lieblingsessen ist Pasta Mein Lieblingsessen ist Pasta Ich wähle das Essen nicht so sehr Ich wähle das Essen nicht so sehr Hast du morgen eine Prüfung? Hast du morgen eine Prüfung? Yarın sınavın var mı? Ja Ich habe morgen eine Mathe Prüfung Ja Ich habe morgen eine Mathe Prüfung Evet Yarın Matematik sınavım var Nein Ich habe keine Prüfungen Nein Ich habe keine Prüfungen Hayır Hiç sınavım yok Ist in dieser Angelegenheit eine Korrektur erforderlich? Ist in dieser Angelegenheit eine Korrektur erforderlich? Bu konuda bir düzeltme yapılması gerekiyor mu? Nein Nein Alles funktioniert Nein Alles funktioniert Hayır Her şey çalışıyor Das gesamte Projekt muss von Anfang an geschrieben werden Das gesamte Projekt muss von Anfang an geschrieben werden Baştan tüm Projenin yazılması gerekiyor Was ist das für ein Papier? Was ist das für ein Papier? Bu kyalet nedir? Es ist Teil meines Physik Notizbuchs Es ist Teil meines Physik Notizbuchs Physik levteremin bir parçası Es ist aus deiner Tasche gefallen Es ist aus deiner Tasche gefallen Sının çantandan düştü Wer hat den Wettbewerb gewonnen? Wer hat den Wettbewerb gewonnen? Yerishmaye kim kazandı Mein Freund Michael belegte den ersten Platz Mein Freund Michael belegte den ersten Platz Arkadaşım Michael Birinço oldu Ich konnte nicht gewinnen Ich konnte nicht gewinnen Ben kazanamadım Haben Sie die Details des Projekts im Besprechungsraum besprochen? Haben Sie die Details des Projekts im Besprechungsraum besprochen? Toplantı odasında Projenin Detaylarını tartıştınız mı? Ja, wir haben über alle wichtigen Punkte gesprochen Ja, wir haben über alle wichtigen Punkte gesprochen Evet, tüm aner hat Sölde konustuk Ja, wir haben ein weiteres Treffen vereinbart, um die Details zu besprechen Ja, wir haben ein weiteres Treffen vereinbart, um die Details zu besprechen Evet, Detayları konuşmak için bir Toplantı daha ayarladık Sind Sie verheiratet? Sind Sie verheiratet? Evet, evlim Ja, ich bin verheiratet Ja, ich bin verheiratet Evet, evlim Nein, ich bin single Nein, ich bin single Hayır, bekörem Du bist endlich angekommen Warum bist du zu spät? Du bist endlich angekommen Warum bist du zu spät? Nihayet geldin, neden geç kaldin? Ich musste bis zum Morgen Arbeiten Ich musste bis zum Morgen Arbeiten Sabaha kadar çalışmak zorundaydım Ich bin noch nicht zu spät Ich bin noch nicht zu spät Çok geç kalmıdım Wie spät ist es? Wie spät ist es? Saat kaç? Es ist 16 Uhr nachmittags Es ist 16 Uhr nachmittags Saat öğledin sonra dördüncü Es ist 5 Uhr morgens Es ist 5 Uhr morgens Saat sabah beşinci Warum bist du erst heute gekommen? Warum bist du erst heute gekommen? Bugüne kadar neden gelmedin? Ich wusste nicht, dass du hier bist Ich wusste nicht, dass du hier bist Burada olduğunu bilmiyordum Ich kam, als ich es lernte Ich kam, als ich es lernte Öğrenince geldim Wann gehst du aus? Wann gehst du aus? Ne zaman düşürülçüke jaksın Ich denke darüber nach, am Nachmittag abzureisen Öğleden sonra çıkmayı düşünüyorum Ich werde nach der Arbeit gehen Ich werde nach der Arbeit gehen Ich werde nach der Arbeit gehen Ich habe nach der Arbeit Ich werde nach der Arbeit gehen Ich werde nach der Arbeit gehen Is da Ist dein Onkel gekommen? Aber er kam endlich. Amcan akşama kadar bekledik ama sonunda geldi. Er kam am Morgen. Er kam am Morgen. Sabaha karşı geldi. Warum hast du die Prüfung nicht bestanden? Warum hast du die Prüfung nicht bestanden? Neden sınavı geçemedim? Ich konnte nicht hart arbeiten. Ich konnte nicht hart arbeiten. Çok çalışamadım. Ich habe es versucht, konnte es aber nicht. Ich habe es versucht, konnte es aber nicht. Çalıştım ama yapa madim. Ich habe es nicht zur Prüfung geschafft. Ich habe es nicht zur Prüfung geschafft. Sınavı yetişe medim. Möchten Sie etwas trinken? Möchten Sie etwas trinken? Bir içki ist sehr missin. Ja, ich kann eins haben. Ja, ich kann eins haben. Evet, bir tane alabilirim. Nein, ich nehme medikamente. Nein, ich nehme medikamente. Hayır, ilaç kullanıyorum. Liegt eine Katze auf dem Tisch? Liegt eine Katze auf dem Tisch? Mösenin üstündeki de var mı? Ja, es gibt eine schwarze Katze. Ja, es gibt eine schwarze Katze. Evet, siah renkli bir ki de var. Ja, es gibt zwei Katzen, eine schwarze und eine weiße. Evet, birisiah biri beyaz iki ki de var. Was hast du gestern Abend gemacht? Was hast du gestern Abend gemacht? Dün okscham neoptim. Ich bin tanzen gegangen. Ich bin tanzen gegangen. Danse gitzem. Ich habe für die Prüfung gelernt. Ich habe für die Prüfung gelernt. Sınava çalıştım. Ich ging mit meiner Frau ins Kino. Ich ging mit meiner Frau ins Kino. Ich ging mit meiner Frau ins Kino. Ich lag krank zu Hause. Ich lag krank zu Hause. Ich lag krank zu Hause. Ich habe fünf Treffen, aber ich kann sie trotzdem unterstützen. Ich habe fünf Treffen, aber ich kann sie trotzdem unterstützen. Beş toplantım var ama yine de destek olabilirim. Ist die Gewährung einer Zulage möglich? Ist die Gewährung einer Zulage möglich? Ödenek çıkarmak mümkün mü? Sie wissen, dass die wirtschaftliche Situation etwas schwierig ist. Sie wissen, dass die wirtschaftliche Situation etwas schwierig ist. Wie viel brauchen Sie? Wie viel brauchen Sie? Wie viel brauchen Sie? Wie viel brauchen Sie? Magst du 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 mi? Magst du sie? Magst du sie? Yardüme ihtiyacın var mı? Ja, brauche ich. Ja, brauche ich. Evet, ihtiyacım var. Ja, bitte. Ja, bitte. Evet, lütfen.